Willkommen zurück zu Let's Play Plantscape Torment. Beim letzten Mal sind wir in Ravils Irrgarten vorgestoßen und wir stehen jetzt vor ihr. Hier ist sie und wir werden jetzt gleich eine ausgiebige Unterhaltung mit ihr führen. Ich werde nun meine Eigenschaften verbessern. Die plumpe, hakennasige Vettelfolie sieht nicht gerade wie ein Mythos aus. Sie trägt ein einfaches, aber dreckiges, braunes Hemd und Leggings. Und von ihrem ausgefransten Gürtel hängen eine Reihe Beutel. Sie scheint dich nicht zu bemerken, sondern zu sehr mit dem schwarzen Wurzelgewirr beschäftigt zu sein, das zum Boden des Irrgangs verflochten ist, als um irgendetwas um sich herum wahrzunehmen. Sieh sie dir eine Weile lang genau an. Zoffeliges, graues Haar ragt aus der Kapuze der Alten hervor und bedeckt ihre Schultern wie eine Masse von verdrehten, grauen Wurzeln. Kränklich blau-graues Fleisch hängt in losen Falten von ihrem Gesicht. Ihr schmales Kinn ist lang und spitz und steht in extremen Unterbiss hervor. Zwei schmutzige, gelbe Eckzähne ragen wie kleine Hauer aus ihrem Unterkiefer. Rabel. Die Stimme der Alten ist belegt und kratzig, als ob sie sich ihren Weg durch Schichten von Staub bahnen muss. Ihre Augen sind von matter, blutroter Farbe und werden von schwarzen Adern durchzogen, wie wie die Zweige eines Baumes wirken. Als sie dich anblickt, beschleicht dich ein seltsames Gefühl, als ob sich Schlangen unter deiner Haut winden. Na, mein Hübscher, bist du endlich zurückgekommen? Rabels Gesicht verzieht sich zu einem grotesken Lächeln, das den Blick auf eine Reihe abgesplitterter gelber Reißzene freigibt. Du warst so lange weg, ich hatte schon befürchtet, du hättest die alte, einsame Rabel vergessen. Wie hätt ich dich vergessen können, Rabel? Ich habe dich vermisst, aber du hast dich an einem Ort versteckt, den ich nicht ohne Schwierigkeiten erreichen konnte. Komm schon, hast du mir meine Anwesenheit nicht gewünscht? Rabels gelbes Lächeln wird breiter, die Falten ihrer Haut schieben sich zusammen und sie kichert leise. Solche nette Worte! Du kennst schon die Antwort auf deine Frage, mein Schatz. Ich habe die Hinweise fallen lassen wie Kastanien. Sie waren mein Mittel, dich zu meinem Garten zu führen. Ich hatte befürchtet, dass du es warst, der mich vergessen hat. Ich versichere dir, ich habe nichts dergleichen getan. Ich bin schließlich zu dir zurückgekommen. So, aber was ist zurückgekommen? Sie blinzelt dich mit ihrem schwarz geärgerten Augen an und zischleise. Lass Rabel sehen, wie es dir in diesem Leben ergangen ist. Sie streckt ihre Hand nach dir aus, als wolle sie dich streicheln. Du bemerkst plötzlich, dass sie statt Fingern Klauen hat und dass ihre Fingernägel schmutzig und schrecklich scharf sind. Lass sie dich berühren. Ihre ausgefansten Klauen wandern über deine Haut und du verspürst das gleiche seltsame Kribbelgefühl, das du gespürt hast, als Rabel dich zum ersten Mal angesehen hat. Ihr Blick verdüstert sich leicht und ihre Klauen gleiten sanft über dein Gesicht und verweilen auf deinen Narben. Warte oder streck die Hand aus, um sie zu berühren, ihre Gesichtszüge zu ertasten. Deine Hände berühren Rabels Wange, während ihre Klauen dein Gesicht streicheln und instinktiv spiegelst du ihre Berührung wieder, wenn sie mit ihrer Klaue über deine linke Wange streicht. Streichend deine Finger über ihre, sie schließt die Augen und du tust es ihr gleich. Es ist ein seltsam vertrautes Gefühl. Schließ die Augen und gib dich der Erinnerung hin. Als du die Erinnerung aus die Augen öffnest, hast du das Gefühl, als sei alle Farbe aus den Bäumen und dem Irrgang gewichen. Alles ist gleichförmig, staubig, totengrau. Rabels Augen sind immer noch geschlossen, aber als du sie ansiehst, öffnen sie sich langsam und Rabel lächelt ein trauriges, graues Lächeln. Dir kommen Worte in den Sinn wie ein Echo von etwas, das du in der Vergangenheit gesagt hast, an einem Ort auf einer anderen Ebene. Echo der Erinnerung Es heißt, du seist die Größte der grauen Schwestern, Rabel. Ich bin weit gereist, um zu dir zu gelangen. Sie nickt aber langsam, zu langsam wie im Traum. Als sie spricht, klingen ihre Worte dumpf, als würden sie unter Wasser gesprochen. Aber warum bist du so weit gereist? Deine Not muss groß sein, und doch scheinst du nichts mitgebracht zu haben. Was mich interessieren könnte, du musst für die Dienste bezahlen. Echo der Erinnerung Meine Not ist groß. Meine Währung ist dies. Eine Herausforderung. Vielleicht eine unmögliche Herausforderung. Eine, die wohl auch deine Fähigkeiten übersteigen wird. Du wiederholst die Worte wie ein Echo, und du spürst die Manipulation, die subtile Andeutung, die Rabel herausfordern soll. In deiner traumähnlichen Erinnerung nodern ihre Augen in einem folgenden Grau, und das Grau, das die Landschaft verzerrt, scheint aus ihrem Gesicht zu strömen. Es gibt nichts, das ich nicht schaffe. Nichts. Nenn deine Herausforderung. Ich werde dich anhören. Der Tod wartet am Ende des Lebens auf alle Menschen. Auf mich darf er nicht länger warten. Kannst du dies für mich tun, schöne Rabel? Die Sicht wird klarer. Das Grau weicht aus dem Irrgang, bis die Farbe wieder da ist. Deine Hand liegt immer noch auf Rabels Wange. Ihre Augen sind geschlossen, und sie seufzt. Du ziehst langsam deine Hand zurück. Kurz darauf öffnen sich Rabels Augen, und sie gibt ein kratziges Zischen von sich. Rabel? Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Rabel zieht ihren Finger zurück und zieht dich traurig an. Oh, trauriges, trauriges, zerbrochenes Halbert was. Alles in Stücken. Sie blindet dich wieder an. Nicht mehr der, den Rabel kannte, bist du. Bist du immer noch zerbrochen nach all dieser traurigen, traurigen Zeit? Zerbrochen? Was meinst du? Einen Körper besitzt du, aber kein Wissen? Sie zeigt mit ihrer ausgefransten Klau auf deine Brust, auf deine Narben. Viele solcher, solcher Narben hast du überall auf deiner Haut. Viele Geschichten erzählt deine Haut. Wovon redest du eigentlich? Deine Narben und Tätowierungen rufen mir zu. Hier ist ein Mann in Konfrontation mit der Welt. Rabel gibt ein gurrendes Geräusch von sich, einem sterbenden Vogel nicht unanlehen. Unähnlich. Ja, solche Geschichten würden selbst die Ohren einer Hexe schrumpfen lassen. Erzähl mir diese Geschichten. Ich möchte sie hören. Es sind viele Geschichten. Sie könnten wie ein Echo von unausgeglichenem Gleichgewicht, Kriegsprüfung, Schlachten mit Scheu-Saglementen und einer Kreatur, die sich aus der Ferne von anderen ernährt, um sich selbst zu erhalten, und von Folter einer Folter, die das Fleisch nie gekannt hat. Unausgeglichenes Gleichgewicht? Zweigeteilt wurdest du, als deine Sterblichkeit von dir abgestreift wurde. Nicht länger im Gleichgewicht. Viel wurde zerbrochen bei der Trennung. Ein Segen und ein Fehler. Aber mehr ein Fehler als ein Segen, glaubt Rabel. Du hast meine Sterblichkeit genommen? Wie? Vergessen habe ich das wie? Habe ich das? Rabels Blick verdüßt er sich kurz. Die schwarzen Adern in ihren Augen verschwimmen. Und selbst wenn ich mich nicht daran erinnerte, ich würde es nicht ein zweites Mal tun. Nicht vergessen habe ich den Moment nach dem Bruch, in dem ich den Schmerz aus deinen Adern haben, fließ es sehen. Deine Schreie wie die Eier eines weinenden Kindes, als du bis in den letzten Winkel gefüllt wurdest mit Leere. Schrecklich sogar für diese Augen. Also, deshalb fühle ich mich innerlich hohl, weil meine Sterblichkeit fort ist. Nun gut, was für Geschichten erzählt meine Haut noch? Kriegsprüfung? Große, große Kriegsprüfung. Viel zu viel, um von einem, irgendeinem Sterblichen ertragen zu werden. Welcher Krieg? Wo? Dieser Krieg berührt alle, mein geliebter Halbmann. Es gibt keinen Ort, an dem seine Berührung nicht zu spüren ist. Hat er dich berührt? Rabels Stimme senkt sich fast bitter. Darauf antwortet Rabel mit Ja. Das würde die Narben erklären. Welche Geschichten? Erzählt meine Haut noch. Schlachten mit Scheuser-Elementen? Zwei Scheusale schlagen ihre Köpfe aneinander. Ihre kleinen Köpfe sind mit Ideen gefüllt, wie die Ebenen sein sollten, aber nie sein können. Oder sie waren nicht länger die Ebenen. Solche Dummheit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Welche Geschichten erzählt meine Haut noch? Eine Kreatur, die sich aus der Ferne von anderen ernährt. Keine niederen Begierden spürst du, aber viel, viel schrecklichere Brodeln unter deiner Haut und solch ein Preis. Begierden? Was meinst du? Ich weiß nicht. Nicht? Ich kenne nicht das Wesen, noch die Ursache dieser Begierden. Aber merkt ihr dies? Kommen Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, mein geliebter Halbmann. Man kann nicht sagen, welche Ereignisse es sein werden. Nicht einmal Rabels Augen können es sehen. Oh, nun gut, welche Geschichten erzählt meine Haut noch? Und diese Foltern, von denen du sprichst, was sind das für Foltern? Ich habe ein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ein Magnet zieht Eisen an, und du tust das auch, geliebter Halbmann. Aber nicht Eisen, sondern gepeinigte Seelen. Wenn andere leiden, werden sie von dir angezogen, und dein Pfad wird zu ihrem. Warum ist das so? Nun, mein kostbarer, kostbarer Halbmann, du trägst die größte aller Qualen. Ewiges Leben. Könnte das Leben sich so um dich sorgen, wie Rabel es tut? Sie knirscht mit ihren vergilbten Hauern ein schreckliches Geräusch. So mutig, so leidenschaftlich, so schrecklich verloren, traurig, traurig. Rabel, warum hast du mich unsterblich gemacht? Ich muss es will. Ein Rätsel aus Knochen und Haut bist du immer gewesen, fesselnd und mir der Liebste von allen, die zu mir kamen, bitten, bettelnd, flehend, um Hilfe flehend. Rabel starrt dich an, ihre schwarzgelderten, glühenden Augen verengen sich. Es ist so schwer, unter die Narben zu schauen. Den Mann, der einst war, darunter hervorzuholen. Rabel, kannst du mir irgendetwas darüber sagen, wer ich einst war? Ein Schatten mit Substanz, der sucht, was das Licht wirft. Ich kenne dich besser und kein... nicht. Rabel unterbricht sich, ihre Augen verdunkeln sich. Doch nicht besser, als ich das Wesen irgendeines Menschen kenne. Gemeinsame Vergangenheiten haben wir. Ein von Untod gezeichneter Mensch, der noch die Schmerzen der Trennung spürt und eine verwelkte Alte, jetzt ganz gefangen. Gemeinsame Vergangenheiten? Sieht so aus, als ob wir uns zum ersten Mal begegnen? Nein, nein, nicht. Nicht. Rabel wirkt einen Moment verwirrt, dann schaudert sie, als ob sie eine Last abschüttelt. Überhaupt nicht. Das Echo einer zukünftigen Begegnung ist dies. Und einer vergangenen Begegnung. Je nachdem, wie man die Zeit betrachtet. Diese Begegnung ist also ein Echo einer Begegnung in der Vergangenheit? Das Jetzt und Damals sehr ähnlich. So verwoben sind das Jetzt und das Damals. Jede spiegelt sich im Anderen wieder. Immer wieder erscheinst du vor mir mit einem Problem und forderst mich heraus, eine Lösung für eine Unmöglichkeit zu finden. Hä? Schöner, undankbar, geniebter Mann. Was war das für eine Unmöglichkeit, um deren Lösung ich gebeten hatte? Rabel scheint dich nicht gehört zu haben. Sie scheint immer noch in der Vergangenheit zu schwelgen, denn ihre Augen sind dunkel, als ob sie weit in die Ferne blicken. Solches Feuer in deinen Augen. Genug, um das Herz einer grauen Dame zu berühren. Begierde, frei zu sein. Aber nach der Befreiung erlosch das Feuer in deinen Augen. Mit der Trennung hat dein Leben alle Bedeutung abgeworfen, fürchte ich. Sie lächelt mit ihrem gelben Reißzähnen. Dann schlägt sie sie aufeinander, als ob sie lachte. Vielleicht solltest du Männchen machen. Vielleicht gibt Rabel dir noch einen fetzen Wissen. Wenn Betteln mir Antworten bringt, dann werde ich dich anbitteln. Rabel, sag mir, was du weißt. Du musst mir helfen, mich daran zu erinnern, was passiert ist. Ah, ein weicheres Herz, jetzt? Rabels schwarz geeräderte Augen glänzen und ihre Mundwinkel ziehen sich nach oben, wie eine Schlange. Hat das Leben dich weich gemacht? Ach, aber man kann hoffen. Rabel, ich habe viele Fragen, die ich dir stellen möchte. Oh, du hast noch mehr Fragen? Krabelgurt leise, wenn auch mit Fuchs wohl im Unterton. Tss, tss, aber du hast schon so viele gestellt. Jetzt ist es meine Zeit für Fragen, halb Mann. Nun gut, Rabel, stell deine Fragen. Merk dir dies und merk dir Rabels Gesetz. Wenn du meine Fragen nicht beantwortest, werde ich keine deiner Fragen mehr beantworten, mein Schatz. Sieh dich vor mit deinen Antworten, sonst wird das Fragestellen dich zerreißen. Äh, ist in Ordnung, stell deine Fragen. Verstanden, stell deine Fragen. Hm, was ist höflicher? Ist in Ordnung, stell deine Fragen, Rabel. Ich will wissen, warum du hier ganz alleine vor mir stehst. Warum stehen keine anderen neben dir? Ich dachte, wir könnten alleine sprechen, schöne Rabel. Von den alten Zeiten reden, nur du und ich. Tss, Schmeichler! Rabels Gesicht verzieht sich zu einem gemeinen Grinsen, dann kichert sie leise. Doch sind deine Aufmerksamkeiten nicht unwillkommen? Vielleicht leistet Schmeichelei dir hier gute Dienste. Also, Antworten und Fragen werden du und ich austauschen. Sie sollen Geheimnisse zwischen dir und mir bleiben. Ihr Grinsen verschwindet. Jetzt habe ich noch eine Frage. Nur zu. Meine nächste Frage ist diese. Rabels stimmelt, senkt sich, fast zu einem Flüstern. Plötzlich hast du das merkwürdige Gefühl, dass sie die Antwort nicht hören will. Warum hast du so lange gewartet, bevor du zu mir gekommen bist? Rabel war einsam ohne dich, mein Schatz. Der Weg zu diesem Ort ist schwierig, schöner Rabel. Man hat sich bemüht, sicherzustellen, dass du wenig Gesellschaft hast. Und viele Prüfungen musste ich bestehen, um vor dir zu stehen. Doch ich bin froh, dich wiederzusehen, Rabel. Die Zeit hat deine Schönheit nicht ermatten lassen, wie ich sehe. Deine Antworten. Die Rabels Augen glänzen und ihre Lippen verziehen sich zu einem grotesken Lächeln. Deine Worte sind tröstlich und lange nicht gehört worden. Sie berühren sogar mein schwarzstacheliges Herz. Wo auch immer deine Erinnerungen sind, dein Charme ist geblieben, schönes Wesen. Nein, es ist dein Charme, der immer noch da ist, schöne Rabel. Charme, Verzauberung, Betörung, all diese hat Rabel gemeistert. Doch es scheint viel zu geben, was du mich lehren könntest. Vielleicht hast du noch eine Frage an mich? Ah, ja. Die dritte und letzte Frage ist diese. Als Rabel den Mund öffnet, um ihre Frage zu stellen, erfasst dich plötzlich die schreckliche Erkenntnis, dass diese letzte Frage viele andere, denen sie gestellt wurde, das Leben gekostet hat. Du weißt, welche Frage es ist. Du fühlst sie in dir aufsteigen und du fühlst den Zwang, sie auszusprechen. Echo, was kann das Leben eines Menschen ändern? Was kann das Wesen eines Menschen ändern? Was kann das Wesen eines Menschen ändern? Oh. Jetzt haben wir verschiedene Antworten. Wir werden allerdings die Lüge wählen, um Rabel weiter zu schmeicheln. Lüge, eine schöne Frau Rabel, wie du mich verändert hast. Und das ist deine Antwort? Die Alern in Rabels Augen beginnen sich leicht zu verlagern und sie setzt ein böses Grinsen auf. Überleg gut, bevor du sprichst. Vielleicht ist dies nicht deine Antwort, aber es ist meine Antwort. Und das ist alles, was ich wollte, mein Schatz. Rabels lächelnd entspannt sich. Eine einfache Antwort und schließlich sind es der Männer viele, die ich überwältigt habe, während sie meine Antwort suchten. Das ist es, ich dachte. Unzählige Male wurde die Frage gestellt. Und nicht einmal hat einer der armseligen Höhlen, die zu mir kamen, ihre eigene Antwort gegeben, sondern alle versuchten immer, sich in mich hinein zu versetzen und herauszufinden, was ich dachte. Psst, daran liegt keine Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Eigentlich glaube ich nicht, dass sie dir überhaupt wahr hätten antworten können, selbst wenn sie es für sie wahr gewesen wäre. Seltsamerweise verstummt Rabel plötzlich, sie betrachtet dich müde. Dir war nie eine andere Antwort als meine wichtig. Niemals, oder? Trotzdem hast du die Frage gestellt in dem Wissen, dass sie, egal was sie antworten, durch deine Hand sterben würden. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Natürlich war deine Antwort die einzige, die ich hören wollte. Denn du warst der einzige Grund, dass ich die Frage gestellt habe. Hast du gedacht, sie bedeuteten mir etwas? Hast du gedacht, dass sie mir auch nur einen Bruchteil dessen bedeuten, was du mir bedeutest? Mein Schatz, antworte mir darauf. Ich habe satt, deine Fragen zu beantworten, Rabel. Jetzt wirst du meine Fragen anhören. Natürlich, Fragen über Fragen über Fragen. Warum hast du mich unsterblich gemacht, Rabel? Du wolltest es so, Keimling. Und du hast es so nett darum gebeten. Wie konnte Rabel zu jemandem wie dir Nein sagen? Unsterblichkeit war deine Lösung und deine Herausforderung für mich. Meine Lösung? Warum? Ich weiß es nicht, Keimling. Die Zeit hat auch an meine Erinnerung genagt, so scheint es. Wenn du dich erinnerst, sag es mir. Ich bin selbst neugierig. Es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Liegt es nicht, im Wesen des Menschen ewig leben zu wollen? Rabel, das ist sehr wichtig. Hast du eine Ahnung, warum ich dich gebeten habe, es zu tun? Der Tod war etwas, dem du aus dem Weg gehen musstest. Das ist leicht gesagt, aber leicht zu tun ist es nicht. Unsterblichkeit mit all ihren Nachteilen war die beste Lösung, auf die dieses welke Gehirn kommen konnte. Ja? Blei lässt sich nicht leicht in Gold verwandeln. Aber es ist möglich, wenn auch unklug. Rabel, wenn mein Blut Wasser entziehen kann, dann kann man einem Sterblichen auch seine Sterblichkeit entziehen. So, sie wird abgestreift wie eine klebrige Schicht. Du hast sie also abgezogen? Die Kluft zwischen Mensch und Nicht-Mensch ist groß. Du hast sie überwunden. Ich habe dir die Mittel dazu gegeben, aber du bist alleine hinüber gelangt. Böse Rabel, Sterbliche sind zu unvollkommen und um ewig zu werden. Immer noch zerbrechen sie. Sie müssen treten und schreiend in eine ungesunde neue Form gebracht werden. Ungesund? Das Ritual hatte also Fehler? Abkürzungen müssen genommen werden und sie können die Geformten zerbrechen. Denn nicht immer bricht die Form, sondern die Masse, die hineingegossen wurde. Zwinge etwas in eine Form, die es nicht haben sollte und es zerbricht. Ich dachte, das Material wäre stärker, aber du bist zerbrochen. Aber ich bin unsterblich. Dann muss es doch ein Erfolg gewesen sein. Du hast lange überlebt. Unsterblich gemachter. Aber du bist dem Untier zum Opfer gefallen, das das Leben ist. Sie faltet die Hände zu einer Schale, dann dreht sie sie um, sodass sie ein Dach bilden. Der Körper ist nur eine Hülle für die Seele. Aber jetzt lebt niemand in deiner Hülle. Was ist schiefgelaufen bei dem Ritual? Rätselhafter, zerbrochener, schöner, sterblicher Mann. Das Ritual war nicht... Keine, keine fertige Sache. Jabel Stirn legt sich in Falten. Ihre Klauen zieren ein einzelner Strähne ihres Haares. Das Ritual hat dir gegeben, was du wolltest. Aber... Aber... Das Ritual hat dir gegeben, was du wolltest. Aber hoch war der Preis. Das Werfen von Schatten, die stillen, grausamen Tode des Geistes und die schmerzhafte Leere. Diese Dinge waren gefährlich für solch ein zerbrechliches Gefäß. Egal, wie stark der sterbliche Mann ist. Sie und das Ritual bereue ich. Werfen von Schatten? Undankbare Schatten, aber undankbar ohne Grund. Die Schatten, sie hassen dich, Nahen-Nosa, weil sie von dir gezeugt wurden. Deine Kinder sind. Einmal im Stich gelassen, werden sie nie verzeihen. Sie werden alles tun, um den Vater zu zerstören. So sind Kinder. Wie erzeuge ich diese Schatten? Da scheinen die Schatten. Wir schatten auf die Existenz, Namenloser. Mit jedem Wort wächst ein neuer Schatten auf den Feldern deines Fleisches. Sie wandern eine Zeit lang umher, aber sie kehren immer zurück, um ihren Vater zu ermorden. So sind viele Nachkommen. Grabe setzt eine abelende Mine auf, dann drückt sie dir plötzlich eine Kralle auf die Brust. Und undankbare junge Männer wie du. Erzähl mir mehr über dieses Ritual. Die stillen, grausamen Tode des Geistes. Tausende Tode und du erholst dich von jedem. Nicht so dein Geist. Dein Geist ist viel empfindlicher. Seine Narben sind tief und heilen nicht. Das Gehirn ist in eine harte Knochenschale gehüllt, die schwer zu durchdringen ist. Sie bietet jedoch keinen Schutz gegen das, was von innen an ihm nagt. Erzähl mir mehr über dieses Ritual. Schmerzhafte Leere. Du hast ein Loch, wo deine Sterblichkeit eins im Inneren deiner Höhle lag. Sie ballt die Hand zur Faust und schüttelt sie. Rassel, rassel, macht der hohle Mann ein Babyspielzeug. Mit nichts als einem kleinen Stein, der in deinem Inneren rasselt und klappert. Trotz dieser Probleme scheint das Ritual funktioniert zu haben. Ich habe ein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Du zweifelst an Rabel? Natürlich habe ich erfüllt, was versprochen war. Nicht lange nachdem der Zauber beendet war, habe ich dich getötet, um zu sehen, ob er gewirkt hat. Du hast dich mit aller Kraft gewehrt, aber ich habe dich gut festgehalten und dir bei deinem ersten von vielen Toten zugesehen. Rabel klappert mit den Zähnen. Dann wurde ich auf die Mängel aufmerksam. Welche Fehler? Das Ego umgibt uns wie ein Gefängnis. Vergessen hatte ich, dass ich... Das ist oft als Schutzschild dient. Rabel schnallt mit der Zunge. Mein schönes, schönes Ding steckt viel Wahrheit und Verständnis in der Weisheit. Dass das Leben eine Vorbereitung auf das ultimative Ziel ist, den Tod. Unser Leben ist ein Mittel, durch das wir lernen, wie man stirbt, wenn wir solche Dinge vergessen. Du hast also bemerkt, dass ich meine Erinnerungen verliere, wenn ich sterbe. Ja. Leider. Ohne die Sterblichkeit, die solche Erinnerungen festhält, ist der Körper nur eine Hülle. Du hast mir also meine Sterblichkeit genommen. Ist sie noch unversehrt? Rabel scheint erst überrascht, dann alarmiert. Ja, ja, ja. Hab keine Angst, dass deine Sterblichkeit zerbrochen ist. Wenn du hier bist, hier bist und mit mir redest, muss deine Sterblichkeit unversehrt sein. So etwas kann nicht zerstört werden, solange du existierst. Du bist ein Anker deiner sterblichen Seele. Solange du unversehrt bist, wird sie es auch sein. Sie kann ebenso wenig zerstört werden wie du. Das reicht, Rabel. Du hast mir meine Sterblichkeit genommen und es hat mehr geschadet als genützt. Ich will sie jetzt zurückhaben. Du hattest sie lange genug. Schon zu lang, wie ich finde. Ah, du stellst eine Forderung? Rabels schwarz geäderte Augen verengen sich und nehmen einen beunruhigenden, wissenden Ausdruck an. Sie bläckt ihre gelben Reißzähne. Nein, nein, nein. Das wird Rabel, werde ich nicht tun. Was zerstört ist, kann nicht wiederhergestellt werden. Äh, jetzt können wir ihr drohen, sie umzubringen? Nee, warum nicht? Rabel kann sie dir nicht geben, mein Schatz, denn Rabel hat nichts zu geben. Ich habe dich oder deine Sterblichkeit nie besessen, obwohl ich euch beide als Andenken an eine egoistische Zuneigung in meinem Garten behalten wollte, die Muster deines Fleisches nachziehen. Aber Rabel konnte sich nicht durchringen, so etwas zu tun. Wenn du sie nicht hast, wo ist meine Sterblichkeit? Ich weiß es nicht, mein süßes Ding. Aber wenn ich du wäre, würde ich sie mir schnell, schnell zurückholen. Nicht auszudenken, welche schreckliche Dinge derjenige dir antun könnte, der deine Sterblichkeit als Geisel hält. Rabel lässt ihre Klauen gegeneinander schlagen. Es wäre, als würde man jemanden eine süße, saftige Seele festhalten. Eine Marionette wärst du, deren Fäden jemand anderes hält und eine höchst traurige Marionette dazu. Ich weiß es nicht, wo sie ist. Moment mal. Du sagst, du weißt nicht, wo meine Sterblichkeit ist. Lass mich die Frage anders formulieren. Kennst du jemanden, der weiß, wo sie ist? Rabel setzt ein furchtbares Grinsen auf, ihre Hauer glänzen. Clever, clever, clever bist du. Ja, es gibt jemand anderen, der vielleicht die Dinge weiß, die Rabel nicht weiß. Jemand anderes weiß es vielleicht? Ja. Rabels Blick verdunkelt sich, als starre sie auf etwas in der Ferne und sie spricht langsamer. Jemand, Hellhäutigen musst du fragen, einen Engel, einen Deva, einen, den die Flügel des Morgens tragen und der mit eigenen Händen die Horizonte erbaut. Er liegt, liegt außerhalb meiner Reichweite, in einem anderen Käfig, in einem anderen Gefängnis. Sein Wissen wird das Wissen um das, was du zu wissen begehrst. Stell ihm deine Fragen, höre seine Antworten, lass dich von ihnen führen. Kann ich diesen Engel finden? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Wenn du dieses Gefängnis verlässt, wirst du zu einem anderen verdammten Gefängnis gelangen, obwohl es vielleicht auf den ersten Blick nicht als solches erscheint. Sieh dich vor und finde das goldene Glied in der immer kürzer werdenden Kette. Das Licht wird das Dunkel der Sache erleuchten und neue Pfade werden sich dir eröffnen. Entzückend kryptisch, wenn auch nicht überraschend. Danke. Rabel kichert. Bei der Vergangenheit halte ich mich nicht mit Details auf. Du hast Glück, dass du überhaupt etwas erhältst. Oh, sarkastischer. Oh, hab ich? Ist es nur so, dass die Kette derer, die wissen, was und wo sie sind, scheinbar nie eine glatte Reihe von Gliedern ist. Ah. Äh. Und deshalb musst du jenes Glied der Kette vor Schaden bewahren, denn wenn sie jetzt schon nicht mehr vollständig intakt sind, stell dir vor, wie die Kette sein wird, wenn mehr Glieder zerbrechen. Zeit und Tod sind nicht mit allen so geduldig wie mit dir. Vielleicht. Ich hätte jedenfalls noch andere Fragen an dich, Rabel. Äh. Wer wissen das? Ich habe einige Fragen zu dir, Rabel. Rabel, wer bist du? Wo kommst du her? Ich? Rabel bin ich. Ich schaffe und zerstöre Rätsel. Ich löse, was nicht gelöst werden kann. Ich verwirre und entwirre Gedanken, bis die Gedanken vielen verknotet sind, wie die Haare eines Betrunkenen. Sie ergreift eines ihrer zotteligen grauen Haare und wickelt es sich um den Finger. Es ist genug. Genug ist es. Aber was bist du? Einige haben dich an Nachthexe genannt. Was auch immer das sein soll. Nachthexe? Sie grinst grauenerregend. Ich bin nur eine Frau, die ihr geliebtes Geschöpf schmerzlich, schmerzlich vermisst. Manche nennen mich Alte, Graue Dame, Jagerschwester, Nachthexe. Aber ich selbst ist mein Name. Rabel, Rabel, die schöne Rätsel. Die Rätsel zum Entziffern stellt und Unmöglichkeiten unmöglich macht. Aber? Aber? Viele Dinge werden über uns graue Damen gesagt. Eine Rasse sind wir Nachthexner. Aber ein Individuum bin ich. Einige nennen uns das Böse von früher. Verfolger schrecklicher Träume, die freundlichen. Hässliche, abscheuliche Dinge, die in den dunklen Windungen des menschlichen Gehirns zu Hause sind. Rabels Augen verengen sich zu rötlichen Stützen. Aber du bedeutest mir... Das bedeutet mir nichts. Wie würde jemand wie du jemanden wie mich nennen, mein Schönster? Wahrheit, ich finde dich schön, Rabel. Vielleicht nicht für das Auge, aber dein Verstand scheint scharf und lebhaft. Glaubst du, mich interessieren solche Wahrheiten? Verflucht sei die innere Schönheit, egal wie lange sie dem Fleisch erhalten bleibt. Denkst du, ich bin hässlich? Rabel, du bist nicht hässlich. Aber hässlich muss ich nicht sein, schönes Ding. Mein Aussehen ist Wachs in den Händen meines Willens. Ich kann die Fasern zu einem schöneren Stoff verweben. Sie lächelt dich an und ihre Form beginnt sich aufzulösen. Was meinst du? Und sie ist eine schöne Frau. Rabel hat die Gestalt einer schönen jungen Frau angenommen. Alles an ihr hat sich verändert. Ihre Haltung, ihre Züge, ihre Kleidung. Ist es eine sanftere jüngere Frau, die du begehrst? Eine, die noch nicht die Spuren des Alters trägt? Sie lächelt mit rubinenroten Lippen einladend. Komm, die Kose an meine Lippen mit deinen und ich werde dir gefällig sein. Nun gut. Du berührst Rabels Lippen mit deinen. Trotz ihrer neuen Form sind ihre Lippen trocken wie Sand. Und als sich eure Lippen berühren, spürst du einen scharfen Nadelstich, als ob du eine Reihe Stachelsamen küsst. Du ziehst den Kopf weg und leckst dir das Blut von den Lippen. Rabel ahmt deine Geste nach, die wegen ihrer neuen Form noch entsetzlicher wirkt. Ein Tropfen deines Blut bleibt am Rande ihres Mundes hängen und sie lächelt böse. Du hast mich gebissen. Und du hast mich gebissen. Vor so langer Zeit. Es war kein Kuss damals, sondern ein Biss ins Herz. Sei nicht erstaunt, mein Schatz. Es ist nichts geschehen. Nimm wieder deine normale Form an, Rabel. Da ist wieder alt und hässlich. Ein schwer zufriedenstellender Mann bist du. Pah! In welche anderen Form kannst du... Hast du dich verwandelt? Hm, I, I, meh... M-m-m-m-m-m-m-m-m-beth? M-m-m-m-m-mata? M-m-beth? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-beth? Es könnte einer mein Namen gewesen sein. Ja! Namen sind schwer zu behalten. Melbeth war nett zu mir und hat mir geholfen, Ravel. Das bedeutet, dass du mir geholfen hast. Ich danke dir. Als du Melbeth erwähnt hast, scheint alle Farbe aus Ravels Gesicht zu weichen, bis die Farbe und Kreide gleich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist, als sei die Farbe einfach verschwunden. Und wer könntest du sein, hm? Bringt dein Vater dich zurück zur Tür der alten Melbeth, mein Kind? Ja, Melbeth. Ich bin gekommen, um mehr von der Kunst zu lernen. Kannst du mir noch mehr beibringen? Pah! Ich bin nur eine Hebamme, mein Kind. Eine solche Macht, die für die Kunst von Nöten ist, ist für mich unerreichbar. Ich glaube nicht. Ich denke, du kannst mir mehr beibringen, als du vermutest. Viel mehr. Echo. Du willst die Kunst lernen? Ja! Weil ich... Warum willst du solche Dinge lernen? Weil ich es brauche, um das Rätsel zu lösen, wer ich bin. Nach einem Moment nickt Ravel. Melbeth. Mein Kind, sie wird wahrscheinlich deinen Berg von Fragen nur noch größer machen. Aber wenn du unbedingt wissen willst, dann hör zu. Hört zu. Und unsere Weisheit ist um eins gestiegen. Sie hat dir Schreckliches gesagt, darüber, wie die Ebenen funktionieren. Und dein Bewusstsein hat die Gedanken ausgesperrt. Sie betrachtet, sie beobachtet dich. Welche anderen Formen bist du noch gewesen, Ravel? Du warst Alvin in der Leichenhalle? Auf ihre Weise hat Alvin mir geholfen. Ravel, das bedeutet, dass du mir geholfen hast. Ich danke dir. So, sie nähert sich jetzt mit unseren Händen und wir weichen wie immer nicht von der Stelle. Und lassen sie ihre Arbeit tun. Und unsere Trefferpunkte sind gestiegen. Und sie war auch Marta. Marta war übergeschnappt, Ravel, aber sie war gütig und hilfsbereit. Wenn du sie warst, dann willst du mir nichts Böses. Ich danke dir. Und sie nähert sich mit ihrer Krallen wieder. Und wir weichen nicht von der Stelle. Und wir lassen sie ihre Arbeit tun. Und sie gräbt mal wieder unsere Eingeweilte aus und hält sie wie eine Trophäe in die Höhe. Kann ich die bitte zurückhaben? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Damit haben wir alle Formen abgearbeitet. Was bist du da? Wo kommst du höher? Welche anderen Formen hast du... Was ist das für ein Ort? Ravel macht eine ausschweifende Geste. Eins war es ein Irrgang aus leblosen Steinen. Leer, aber in meinem Haar hatte sich ein kleiner schwarzer Samen verfangen, als ich an diesem Ort kam. Und er wuchs zwischen diesen Steinen, wucherte und wucherte, bis er sich üppig durch den ganzen Irrgang zog. Wie das lose Haar einer alten. Und so wird dieser Irrgang eines anderen zu meinem Garten. Warum warst du gefangen, Ravel? Ich habe versucht, einer Dame zu helfen und freundlich aufgenommen hat sie es nicht. Was meinst du? Die von mir angebotene Hilfe war nicht willkommen. Ich habe versucht, sie zu befreien. Siegel ist der Käfig, eine Stadt der Türen und Schlösser, ein Gefängnis für sie. So muss es doch sein, nicht wahr? Warum sollte man die Stadt Siegel den Käfig nennen? Und wer ist im Käfig eingesperrt? Die Dame, ein so kleines Gefängnis für jemanden so Großes. Unrecht, nicht tolerierbar. Aha. Ich habe versucht, den Käfig aufzubrechen, die Dame freizulassen. Schmerzvolle Frau. Möge Siegels Ring zerbrochen werden. Und den dummen Dabus, die es nicht wagen, in Worten zu sprechen aus Angst, jemand könnte ihr Gedanken hören. Bevor ich die Sache beenden konnte, fand ich mich hier wieder und meine Erinnerungen hatten die Reise gar nicht gut getan. Viel ist in Glitten, viel ist vergessen. Ja, es war... ist... Viel habe ich vergessen. Ich habe Glück, dass ich mich noch an dich erinnere. Rave, aber warum hast du versucht, die Dame der Schmerzen aus Siegel zu befreien? Ich ärgere mich über alles, was gefangen ist, selbst eine Macht, und glaube, dass alle, ob Steine, Küsten oder Stille, mit Klingen ausgerüstete Damen, frei sein sollten. Manche haben gesagt, dass ich eine Närrin bin. Warum sollte man so etwas riskieren, haben sie gesagt. Ich glaube, du hast richtig gehandelt, als du versucht hast, sie zu befreien, Rave. Ich bin froh, dass wir ähnlich denken und in dieser Angelegenheit einer Meinung sind. Doch, wenn ich die Dinge einfach nicht auf sich beruhen lassen kann, scheint es in meinen Augen, dass viele Leben und Träume sind, die in Stücken auf dem Boden zurückbleiben. Du hast also einen Fehler gemacht, Rave. Wenigstens hast du versucht, wozu anderen der Mut gefehlt hätte. Ich sehe nichts Falsches an deiner Absicht, sondern nur Stärke. Solche, honig, süße Worte! Wie ich dich vermisst habe, mein kostbarer Halbmann. Du singst zu süß. Du könntest Steine erweichen. Aber wir haben noch... Ich muss das nochmal machen. So, weil wir sind irgendwie auch gefangen. Möglich, schon möglich. Die Ketten des Lebens und die Angst vor dem Tod haben vielleicht den Mann, den ich kannte, damals kannte, zu fest im Griff gehabt. Mhm. Sie nässt an ihrem zottigen, zottigen, grauen Strähnen und wickelt sich ein Haar um den Finger. Ketten und Käfige mag Rave nicht. Ich war also auch irgendwie in einem Käfig gefangen oder in Ketten. Es klingt, als ob sich deine Erinnerung regt, Rave. Ja. Vielleicht hast du in einer Falle gesessen, aber es kann kein normaler Käfig, der dich festhielt. Hast du irgendeine Ahnung, was mich festgehalten hat? Ich habe es vergessen. Vielleicht ein Versprechen? Nein, nein. Sie schließt sich... Ihren Finger schließen sich fest um das graue Haar und zu deinem Erstaunen hörst du ein Knacken, wie das eines abbrechenden Zweiges, als Rave es sich ausreißt. Ein wenig schwarzes Blutzickern aus ihrem Schädel und sie zischt zornig. Rave, ist alles in Ordnung mit dir? Und sie gibt uns eine Haarlocke. Ich weiß nichts und werde kein Wissen teilen. Nimm dies und lass die Vergangenheit ruhen, wo sie liegt, Halbmann. Nun gut, Rave. Der Legende nach sollst du eine mächtige Zauberin sein, Rave. Kannst du mir etwas von der Kunst beibringen? Sie runzelt missbeliegend die Stirn. Kennt Rave die Kunst? Na dein Verstand ist deiner Stärblichkeit gleichgetan und dich verlassen? Ich habe mehr von der Kunst vergessen als du. Jemals wissen wirst. Kannst du mir etwas von der Kunst beibringen? Sie verengt ihre Augen und mustert dich. Vielleicht könnte ich von jemandem wie dir überredet werden, obwohl niemandem sonst eine solche Chance, geschweige denn die Gunst zuteil werden würde. Bist du ein Anfänger in der Kunst oder stehe ich vor dem erprobten und versierten erfahrenen Meister? Ich bin ein Meister der Künste, schöne Rave. Schmeichler, und doch wärmen mich deine Worte. Viel habe ich gelernt, während ich diesen Garten gepflegt habe. Talisman und Zauber gewonnen aus den Stacheln. Reimen, Konsonanten hin und her bewegen. Konstanten und Bewegungen, die der Dornmische zu Hilfe rufen. Hör zu, die Ranken werden davon erzählen. Jetzt weiß ich nicht, woher der Unterschied ist. Als du die Augen schließt und zuhörst, durchläuft dich ein starkes Zittern, als ob Dutzende von stacheligen Schlangen sich durch dein Fleisch graben. Gerade als du glaubst, dass du die Schmerzen nicht mehr aushalten kannst, beginnst du plötzlich instinktiv zu singen. Die gleiche Melodie, die auch Rave gesummt hat, und die Schmerzen klingen fern. Summe weiter. Solche Macht! Es berührt alle, die es hören. Nein, du bist mächtig, mein Schatz. So mächtig. Eines Tages könnten sich sogar die Ebenen deinem Willen beugen. Jetzt können wir grüßen wahnsinnig werden, aber so etwas wünsche ich mir nicht, Rave. Es gibt viele, die diesen Pfad gehen würden, doch ich nicht. Nimm diese Samen, benutze sie, wie du willst, und dazu gewähre ich dir noch eine weitere Gunst. Sie reißt sich ein Haar aus und nimmt sich eine Handvoll Samen, legt es in ihre Handfläche und zerdrückt sie dann. Eine dünne Spur schwärzliches Blut läuft aus ihrer Hand, aber als sie sie wieder öffnet, siehst du keine Wunde, nur eine Halskette aus schwarzen Stacheln, die um eine Strähne von Ravels grauem Haar gewunden ist. Nimm dies, es ist von mir, und es wird dir nützlich sein. Ab mein Tag geboren, nimm den Samen und den Stachel-Talesmann. So, ich denke, das war's. Danke für die Information, die du mir gegeben hast, Rave. Ich muss jetzt gehen. Halt! Die wichtigste Frage musst du noch stellen, mein Schatz. Ist sie dir schon eingefallen? Ja, ich muss wissen, wie man diesen Ort verlässt. Weißt du die Antwort auf diese Frage? Ich kenne die Verzweigung dieses Ortes, die Biegungen und Kurven und Gräben. Zwar gibt es hier keine Blätter, aber man kann sich doch von ihnen verabschieden, wenn sie es wünschen. Du weißt also, wie man herauskommt? Lege deine Hände um dich wie Zweige, lass sie deine Brust umfassen wie ein Käfig. Gehe vom Rand des Irrgangs in die Dunkelheit und in einen anderen Käfig wird dein Körper gehen. Ein leichter Abschied. Aber es gibt keine Rückkehr, wenn dieser letzte Schritt getan ist. Also hör zu und nimm, was du brauchst, bevor du diesen Schritt tust. Über welchen Rand des Irrgangs herausgeh. Welchen? Eine Frage an die Hexe. Du hast gewusst, wie man herauskommt? Die ganze Zeit? Dann, warum gehst du nicht? Warum bleiben, wenn man gehen kann? Ist deine Frage an mich? Ich stelle die Frage auf den Kopf und schicke sie ganz schnell zurück zu dir. Die Antwort liegt nicht im Bleiben oder Gehen, sondern in den Ursachen und Gründen, mein kostbarer Halbmann. Willst du nicht gehen? Es ist ein Wunsch, ein einziger Wunsch, aber kein jetziger Wunsch und mehr und mehr ein Nichtwunsch. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, schöne Rabel. Danke, dass du meine Bitte angehört hast. Angehört und dein Wissen mit mir geteilt hast. Sie setzt ein schiefes Lächeln auf und kichert dann leise. Ach, ich bin es dir, der Dank, mein Schatz. Lange ist es her, dass solche süße Schmeicheleien in diesen Irrgang gebracht wurden. Ich möchte dir eine Gunst gewähren, mein Singvogel. Eine Gunst? Ich würde mit Freude jedes Geschenk annehmen, das du machen willst. Dann hör zu. Schließ die Augen und ich werde dich einen Blick auf die Wesen des Multiversums werfen lassen. Schließ die Augen und hör zu. Und wir haben nochmal saftige Erfahrungen eingestrichen. Du schließt die Augen und spürst dabei einen scharfen, stechenden Schmerz in deinem rechten Auge. Dein Auge, eines deiner Augen öffnet sich und du siehst Rabel vor dir. Ihre blutroten Augen leuchten vor Entzücken. Eine ihrer Krallen ist ausgestreckt und trägt an der Spitze dein Blut. Und einen Augapfel. Deinen Augapfel. Was hast du getan? Die Gunst habe ich dir gewährt, Singvogel. Eine Verzerrung der Wahrnehmung. Ein Blick auf die Zweige des Verstands. Ein Blick auf die Wurzeln von Rabels Wissen habe ich dir gewährt. Einen Teil von mir. Sie übergibt uns jetzt diesen Augapfel und steckt ihn in die leere Augen. Und wir wollen uns jetzt lieber verabschieden. Als du dich verabschieden willst, spürst du plötzlich ein Kribbeln in deinem Schädel. Du bemerkst, dass in Rabels schwarz geerderten Augen jetzt ein seltsames, gieriges Feuer flackert. Du wirst mich nicht gehen lassen, nicht wahr, Rabel? Eine aufmerksame Frage. Die Frage lautet, willst du mich verlassen, Halbmann? Schöne Rabel, du hast mir geholfen, als ich vor so langer Zeit zu dir kam und du hast es jetzt abermals getan. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast, aber ich muss gehen. Ich muss mehr über mich erfahren. In der Luft? Was weißt du von Wissen, Halbmann? Wisse dies. Wisse, dass du bis in Ewigkeit hier in meinem Dornigen Garten bleiben, niemals hinauskommen und mich lieben wirst, wie du es solltest, wie du es versprochen hast. Ich fürchte, ich wäre keine gute Gesellschaft, Rabel. Ich kann auf keinen Fall bleiben. Es tut mir leid, aber du musst mich durchlassen. Ich werde dich nicht gehen lassen. Ich habe die Macht, dich hier festzuhalten. Rabel, ich will nicht mit dir kämpfen. Tu es nicht. Lass mich durch und ich werde zurückkommen und dich besuchen. Du musst nicht alleine an diesem Ort bleiben. Zurückkehren? Zurückkehren, wie du vor so langer Zeit behauptet hast? Nein, nein. Du wirst, Rabel, kein zweites Mal anlügen. Kein Jahrhundert mehr werde ich auf dich warten. Rabel, beruhige dich. Das ist nicht nötig. Du hast deinen Platz vergessen. Halb nicht. Übe dich in Demut. Rabel, tu das nicht. Ich fühle mich stärker. So, und jetzt beginnt ein Duell. Ein Magier-Duell. Dann machen wir im nächsten Video weiter.